hallo und herzlich willkommen zur weiteren folge noch krisis marsch jetzt unsere arbeit fort mit strohballen sammeln wir werden auch gleich starten den kurs für strohballen pressen und das weitere müssen wir warten das stroh auffällt dann können wir dann können wir hier auch entsprechend die aussaat durch ich habe meinen tross und für für raps wurde ja mal was anderes überlegen wie wir es mit hopfen hatten wir euch an dieser maschine für geht überhaupt nehmen das war mir vor flügen gruppe auf jeden fall bitte also die einzelne nehmen viel viel position gefällt mir nicht so was probieren die beinahe mit dann machen wir kurz pause so weiter und jetzt haben absturz mal gar nicht 3 30 pause drücken und dann speichern das klappt nicht gut so geht weiter geht verkauf die haben bald vor der nase gewesen jetzt zwei also noch nicht zufrieden mit der kamerastellung von oben gut auf geht's druck auf weg auch noch läuft dann sprechend ersten teil anschließen also schneiden jetzt geht's um ich glaube dies kein kein batzen geld 13.000 die vier woanders gewonnen ich hoffe schon er wird dann getan apropos rundenballen pressen dann muss ich gleich starten ja ich war kurz draußen aus dem spiel das kann man auch meine wir haben die kamer auch meine wir haben also das kann die lenke sicherheitsrisiko für straße so schau nur und das ist ja gut gefällt mir auch nicht aber sehen so schnell zurück feld 13 über der bga fahren ein bisschen lauter machen wir fahren hier ohne nummernschilder ich glaube es nicht straft hat da 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 Kleine Hullklar. So. Irgendwie... ...herum... Okay. Jetzt haben wir einen Traktor mehr, sonst ist auch nix. Dann kommen die voran hier. Dann kommen die voran. Ja, ist das ein bisschen weniger. das gefällt mir nicht kurz pause auf ich glaube so ist besser unter anderem ist fertig oder kann ich was sammeln also ich habe definitiv kein getreide ich versuche hopfen und hoffentlich geht die gerätschaft nicht aber da kommt halt raps rein oder soja das sind die beiden nächsten fruchtsorten die jetzt frage kommen mit hopfen hopfen geht auch noch voll aus pro kaffee und wenn wir jetzt anhäher kommen mit dolly das wäre schon verkaufen dann sparen wir ein bisschen fahrzeit ein auch mal ganz gut aus stärker lkw wenn ich schlecht das wäre option so in ansicht ein bisschen besser kann ja nur hoffen grauslich ja noch mal gucken das ist der warte ist das der warte so anne krumm so auf zum händler händler darüber uns erstmal anschauen zweiten herr und dolly denn schau mal ich habe meine mädchen so erst mal da gibt es einen neuen weiß ich auch nicht genau wo er aufschlüsse ist aber das ist ein anderer dämoni dort mit so raskant da sind wir denn soll ich blow mein gesichter im weg und ich kann nicht kaufen mitten kaufen ja zurück das ist genau richtig gut aus das sieht gut aus der macht sicher leichter mit ohne anhänger anhänger schwierig diese autos kam hier auch ich habe w w w w w w w Vielen Dank. Vielen Dank. So, jetzt mal probieren an der LKW. Mieten. Wie mieten wir einen alten LKW? Einfachen. Mit mehr PS. Das werden wir mal versuchen. Lachen wir so wie es ist. Mieten. Ja. Okay. Das ist nur ein Versuch. Oh, das sind Geräusche. Mal sehen, wie er sie hat. Was? Was? So. Das soll es für die Folge gewesen sein. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würdet ihr mir mal ein Like freuen. Ausfällt euch sehr bei den Abo. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ihr wieder reinschaut. Dann seid mal winke winke und auf Wiedersehen.